Wie die Zeit vergeht, der ein oder andere hat es vielleicht von euch schon mitbekommen, aber mir war es das auf alle Fälle wert in ein Video zu packen. Heute feiert Supercell bzw. Clash of Clans zwei Jahre. Das heißt, alle die das Spiel jetzt heute schon gespielt haben, haben wahrscheinlich auch schon die freudige Nachricht bekommen. Ich habe das hier auch schon gestartet. Ihr könnt sowohl eure Goldminen, eure Elixiersammler, als auch eure Bohrer für dunkles Elixier, für ausschließlich einen Diamanten eine Woche lang, also sieben Tage lang boosten. Das habe ich natürlich auch direkt gemacht. Ich wollte damit eigentlich warten, da ich, ihr seht, momentan 1.995. Also ich hatte schon die 2.000 Diamanten geknackt und wollte mir die fünfte Bauhütte holen. Es kam aber diese Aktion zuvor und da habe ich gesagt, okay, die Diamanten investiere ich schnell. Ihr seht das Ganze auch nochmal, wenn ihr auf die Einstellung geht und dann auf Neues haben wir. Clash of Clans ist zwei Jahre alt. Du kannst nun allen Ressourcen minen und sammeln bis zum 7. August für nur jeweils ein Juwel, eine Woche lang einen Schub verpassen. Das heißt, von mir wirklich da ganz klar der Tipp, zuschlagen und das Ganze ausnutzen ist wirklich ein einmaliges Angebot für diesen Preis. Sonst ist der wirklich deutlich teurer. Und natürlich auch eine Gratulation generell an Clash of Clans. Zwei Jahre dauernd das Topspiel im App Store, auch bei den Umsatzstärksten. Das heißt, sie würden es nicht machen, wenn sie es nicht rentiert. Ansonsten, was heißt es, auch ich bin bald zwei Jahre dabei. Ich habe Clash of Clans Ende August angefangen 2012. Das heißt, da wird es dann bei mir um die zwei Jahre. Da muss ich spaßeshalber mal bei iTunes in meine Historie reinschauen, wann ich die App runtergeladen habe. Dann kann ich euch da vielleicht ein zweijähriges Brennerchen-COC-Update machen, solange ich es eben spiele. Aber das ist einfach der kleine Hinweis. Er nutzt es aus. Ihr habt, wie gesagt, bis 7. August, die Zeit ist wirklich da. Ich bin ja generell ein Fan, der sagt, ja, hier Diamanten ein bisschen schonen. Aber da ist sofort zuschlagen. Also das ist so genial. Es gab ja auch schon die Aktion, wo ich auch fleißig zugeschlagen habe, dass ihr pro Tag für einen Diamant boosten könnt, was ja auch deutlich günstiger ist. Aber jetzt habt ihr wirklich für einen Diamanten eine komplette Woche, doppelte Produktionsrate. Das heißt, auch wenn ihr farmt oder auch wenn ihr Ressourcen und Ende habt, schlagt dazu, nutzt die Zeit, baut aus, was das Zeug hält. Und ja, so abschließend lasse ich nochmal sagen, herzlichen Glückwunsch, Clash of Clans. Alles Gute zum zweiten Gewürztag.